Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Fortnite Battle Royale. Heute mal wieder im Hashtag Traum Squad. Das war nicht dieselben Leute, aber der Squad war schon legendär, würde ich sagen. War eine coole Runde und ja, ich würde sagen, viel Spaß. Aktualisieren muss den Stream, also einfach nochmal neu starten. Ich habe auch noch ein paar Raketen. Deswegen meine ich. Da bin ich jetzt nur drei Level von weg. Ja, ich auch. Ich habe auch geliked. So. Wie gesagt, man muss den Stream aktualisieren. Ich habe noch ein Mini für irgendeinen Bräu. Und auch irgendwie drei Tagesaufgaben, also ich bin auch noch relativ. Noch schnell zum kaputten Dorf. Achso. Noah, was hast du? Hast du Eck oder? Nee, sonst hat die Ecke weniger Zuschauer. Ja, gut. Also ich habe auch geliked in der Zone mit. Wir müssen heute wenigstens 1-9-0. Wollt ihr kurz abonnieren? Ja, keine Eigenwerbung, ey. Nein, Spaß. Geh, nimm mal Haus noch. Wo? Hier in dem. Moin? In der mittleren Etage. Bad. Ich badet sie mehr. Ey, als ob du den jetzt holst, also du bist so anders. Dreckiger Worldstar! Du bist so, 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 so. Gamer. GamerTV-Star. Schön, dass du dabei bist. Und ganz links. Weil, dreihund, fast 300, äh, Scholz. Ich bin Henry. Ich bin Henry. Ich bin Henry. Meiner Oma. GamerTV. Ja, Henry. Ja. Wahrscheinlich. Und vor uns ist Luthorp. Vor uns ist Luthorp. Vor uns ist Luthorp. Moin. Bei, äh, SW. Im Baum. SW? Ja. SW. Ja, SW. Ja, kleine Eier können gar nicht leuchten. Boah, ich hab rpg, aber nicht den neuen. Das ist auch gar keine Eier. Gar keine Eier vor Ort. F. Hallo. Was hat drin? Wir haben übel viel mit Raketen. Also, wenn geht noch eine Base haben, sind die Bad. Machen wir nicht. Kann einer Slurp holen, ihr? Ja, ich kann ihn. Ja, da holt. Moin tut Granaten. Ihr redet also so viel. Also, auf einmal, Alter. Sehr, sehr. Hat die das Haus da eigentlich gelootet? Nö. Nö. Da war da ein anderer. Da wurde aber gebaut, Moin. Ja, da sind Gegner, Mann. Echt jetzt? Ja. Safe Hounted. Natürlich. Ich jag ne Rocket rein. Äh, ich hab ihn genockt wegen Fallschaden. Am 31er. Ja, Nick. Kommt ja nach dir. Boah, du kriegst dich gleich selbst. Da ist ein Typ drin. Ich weiß schon. Ha, das war der größte Noob. Hab den? Ja. Ja. Hallo, darkness Room. Ok. Gestanden, gestanden, gestanden. Gestanden, gestanden. Ich konnte dem einfach gemütlich kommt hierhin in dieser fucking kleinen hütte liebt die epics ja wenn du kannst mir die wieder weg ich glaube heute machen es ist ein bau deiner sich die ganze zeit hoch da ich habe ein hit in der luft ich spame ich glaube der hat kein bock mehr der boi wir haben achte da oben ist noch einer da oben ist noch einer ja ein dunkler reisender das hat nichts zu sagen alter noch zwei hit mit der sniper luis bitte plis lassen urkultur ich habe gleich keine rakett soll wir probieren ja kommt okay jetzt nicht mehr okay warte kommen jetzt springen okay jetzt können wir probieren die anderen beschäftigen 3 2 1 ja da ist was die weg hoch der hat fällt runter ich hab sie es oder braucht ihr meine hilfe habe die sie alle florian hat mit kreis okay das hat mir gerade geschrieben dass er dann ja anstatt nur mehr an kann oder können wir vielleicht mal aber nicht so lange von wo neu bei mir lex wie ich war unten wir haben mit verloben und wo und wo ich weiß auch nicht schon nur die steppst ja da habe ich noch hoch alles klar junge das war so mein kill der gerade ich sag's euch wenn ich meine ich bekomme ich mich nur halten wird ja da ja gut da kann ich vielleicht auch noch können wir das hier unten machen wo ich eigentlich mit euch ist eigentlich Traumsquad machen wollen ja wir holen jetzt erst mal nur in und dann schauen wir weiter ja haben wir noch einmal um ich hab wenig ich habe 200 jetzt habe ich auch nur noch deutschland noch ich habe eine frage hat einer hat einer wie heißt es hoffentlich ist da eine mini gantrenne rpg ich habe über 200 material verloren bei es oder sie kann ich trinken wo alter es oder bs sein so ist okay hat einer wochen und reisen und sniper hat gegeben können wir noch mal rocket weit man ja nicht machen oder oder ich würde mich nicht ich würde mich nur reinkommen wir machen wenn okay die gegner sind zu gut dafür ordnet deinem wird doch so kann man doch nicht spielen doch so ist meine ich gehe auf zockerhalle guck mal die gehen oh mein gott ich hab so den schleiter hin abbekommen ach du scheiße alter aber nur halber ich werde noch von rechts attackiert ich weiß ich weiß habt ihr recht geschneit oh mein gott ich hab so oh mein gott nee hast du noch medikates ey wir müssen jetzt hier attackieren und den von hinten attackieren oh mein internet leckt jetzt bitte nicht hinter nein nein ich bin aufs falsche an gestorben du bist so hier alter bist du ein kass ich mach das gar nicht nein also jetzt krieg ich wieder kein kino noch wenn ich dich ja ich komme ich komme wohl alter warum stöpst du ein falsch an also noch sechs das ist natürlich jetzt kritisch das glück hast du noch ein bisschen schild schon da müssen sie habt ihr kassiert ja ich übel ok ok ich hab immer noch keine rockets oh fuck wo sind die wo sind ein nokt ich bin hier gerade über vorne einer von einem squad ist genockt ich hab keine ahnung wer da guck mal in der zone wo da unter dir hä oh fuck mich hat einer eingebaut oh mein gott 2 ap nee ich hab nicht eingebaut sorry nein wie der mir denn hin drückt oh mein gott hab ihn komm wir müssen noch ein gegner hol mich hoch und dann machen wir so ein trap kill oder so keine ahnung da ich sehe das bei mir der ist bei mir achsen achsen oh wir haben gewonnen mann nick du arschloch ich hab keine ich hab nur zwei kills ich hab nur zwei kills ja lass rocket red man schieß noah schieß noah schieß schieß oh mein gott damit verabschiede ich mich von der folge ich bedanke mich an äh nick äh manu und noah cool dass ihr dabei wart und an die ganzen chat der mich supportet hat ich hab zwei kills äh und ja danke dass ihr nochmal den streamer hintergrund art hat und ja haut da rein lasst ein like dann ein abo für ein video jetzt